Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. So meine Damen und Herren und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play um sie zwei, dem Omnibus Simulator. Und ich darf euch heute begrüßen von der Karte Mainz Modded. Haben wir bisher noch nie auf diesem Kanal gezeigt, deswegen ja. Ja, eine neue Karte, aber um die soll es gar nicht so unbedingt gehen, sondern es geht heute um einen geupdateten Bus. Und zwar steht vor uns, und das habe ich mir extra aufgeschrieben, der Funhole A300. Da habt ihr im Livestream gesagt, ja, zeigt doch gerne mal dieses Update, was da rauskam. Hatte ich nämlich auch gesehen, über Steam kam das und ja, habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, denn bei Steam steht dann, ja, es gibt ein Update, auch mit einem Bildchen, total schön. Aber was da geupdatet wurde, das stand da nicht. Fand ich natürlich auch toll. Ich habe für euch natürlich ein wenig recherchiert nochmal. Und deswegen werde ich euch im Laufe der Folge erzählen, was da so alles jetzt neu ist. So, und zwar, äh, MAN, äh, MAN würde ich schon, ich immer, wenn diese A kommt, denke ich immer, MAN, nein, Van Hul, Van Hul, A300 CNG Variante, drei Törer, habe ich mal ausgewählt. Ähm, hat mir ganz gut gefallen und hier steht tatsächlich auch, ähm, dass kleinere Fehler für diese Modelle behoben worden sind. Deswegen schauen wir uns das gerne an und könnt euch gerne auch nochmal zum Vergleich die damalige Folge anschauen, wo ich das erstmal zuvor gestellt habe. Ja, hier haben wir auf jeden Fall, äh, wieder ganz viel, äh, zum Einstellen. Total schön, ja, guck mal, wie wir da so coole Radkappen machen, also das hat sich nicht geändert. Das ist, äh, nach wie vor noch so. So, und dann wurde nämlich irgendwas erzählt von Zielbeschilderung, genau. Seht ihr hier, dass es da, äh, verschiedenste Varianten gibt? Das müsste eine LCD sein, ja, das ist eine LED. Und das ist hier diese Standard, äh, Museums Zielbeschilderung. Ähm, machen wir einfach mal. Wir fahren, habe ich noch gar nicht gesagt. Die Linie 650 auf der Karte Mainz moddet ist eine, ja, kleine Erweiterung für die normale Map Mainz, die ich euch mal vorgestellt habe. Läuft aber als eine separate Karte hier und ist halt auch die einzige Mainz-Karte, die im Busbetriebsmodellator funktioniert. Ja, extra dafür wurde die damals entwickelt hier, diese Mainz moddet. Also ist kompatibel mit dem Busbetriebssimulator und hat auch eine eigene Hofdatei. So, Kleinwinternheim, da sind wir gerade und wir fahren nach Mainz Hauptbahnhof. So, und jetzt sieht das so aus. Ich glaube nämlich, dass hier vorne diese Zielbeschilderung damals noch nicht funktioniert hat. Das war noch ein bisschen verbuggt. Jetzt funktioniert das, steht hier nämlich auch. Also, ich muss dazu sagen, ich habe eine Liste gekriegt, was hier, also aktualisiert wurde, allerdings auf Englisch. Da habe ich das erstmal in den Google-Übersetzer reingehauen. Und Google-Übersetzer hat gesagt, Hinzufügung werkseitiger Matrix-Anzeigen für jedes Modell des A300. Aha, also auf Deutsch wahrscheinlich, jetzt funktioniert das hier auch mit dem Beschildern. So, wollen wir hier noch irgendwas machen? Also das andere kennt ihr, denke ich mal. Sieht's, Typ ist ja eigentlich Sitze, kann man hier noch nicht machen. Mirrors, ja, die sind uralt und die sind etwas neuer, aber auch, ja, ist halt aus Belgien, ne? Von holen das Belgische Herrscher, da ist das relativ gängig, dass man hier unten links, statt oben links, den Spiegel hat. Dann stelle ich nochmal den Fahrersitz ein. Und ihr habt's wahrscheinlich bemerkt, auch, auch sie hat nochmal ein Update bekommen. Da hat man jetzt hier, wenn man oben da sich diese Leiste einblenden will, was ich nicht mache. Ich finde's immer ein bisschen nervig. Erstmal kann man sich hier eine transparente Titelleiste machen, die fällt mir schon mal besser. Und dann kann man jetzt oben in diesem HUT, das ist ja auch noch jede Menge, ja, keine Ahnung. Wir machen heute mal Kraftstoff oder sowas. Machen wir uns heute mal zum Spaß hier oben rein. Ich blende mir sowas normalerweise nicht ein, brauche ich nicht. Ja, und dann haben wir... Dann haben wir noch hier Bus, genau. Da kann man jetzt hier auch noch irgendwas einstellen. Geben Sie den Entfernungsradius in Metern ein, zwischen 5 und 60. Habe ich bis heute noch nicht verstanden, was es ist. Aber das ist auf jeden Fall neu, das gab's vorher nicht. Das ist mir halt aufgefallen. Discord habe ich ja auch, genau. Details der Nachricht. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade im Discord zu... Im Discord zu... Sehen bin. Kann man jetzt zum Beispiel schreiben, ich fahre gerade. Also könnt ihr euch den Titel so ein bisschen, ja, individuell anpassen, was dann im Discord in eurem Status stehen soll. Ja, kleine Spielerei. Aber nur, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Starten wir die alte Möhre mal. Freue ich mich schon dann wieder auf den Schnitt, wenn ich das hier alle synchronisieren darf. Kommen Sie mal rin hier. Guten Tag. Feinste Busse habe ich Ihnen mitgebracht. Frisch aus dem Museum. Und zwar, äh, hier aus Brüssel. Licht brauchen wir nicht. So, ich glaube, ich bin die Linie auch noch nie gefahren. Schauen wir mal, ob noch jemand mitmöchte. Ja. Kommt ruhig rennen. Man kann übrigens jetzt auch die Möglichkeit, wo den Zugeflügt Passagieren den Zutritt an allen Türen zu ermöglichen. Wie das funktionieren soll, das habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Soll es aber wohl auch geben. Wahrscheinlich müssen wir einfach hinten denn die Tür aufmachen. Müssten wir nachher mal ausprobieren. So, und dann fahren wir los. Oh, ist ja eine Piepkiste hier, ey. Meine Güte. Schauen wir uns das mal an. Fanul lange nicht gefahren, Freunde. Ich hoffe, euch interessiert aber trotzdem mal dieses Fanul DLC, was, ja, ein Freeware DLC immer war auf Steam, hat jetzt dort auf Steam auch ein Update bekommen. Das gleiche gab es dann irgendwann auch nochmal an der Umziewebdisk. Aber das ist hier rein automatisch über Steam hier installiert worden, dieses Update. So, hier muss man auch mit Q weiterschalten. Das werde ich garantiert vergessen im Laufe der Folge. Ja, wenn ihr die Karte haben wollt, die könnt ihr euch runterladen in der Umziewebdisk. Gibt da einfach mal ein, meins moddet. Das ist hier so eine Linie, die ist da neu hinzugekommen, zum Beispiel. Die Standardlinien sind aber auch ganz nett. Die 68 fällt immer ganz her, ne? So, mal wieder. Ihr hört es. Ist der Sound hinten leiser als vorne? Warum? Na, weil wir hier auch einen Frontantrieb haben. Ja, ich sag ja, ist aus dem Museum, ist hier eine Haltestelle? Ne. Dann sind wir hier so eine Art Express-Bus. Na gut, soll mir recht sein. So sieht er von innen aus. Sehr unspektakulär nach wie vor gehalten. Und was eben jetzt neu ist mit diesem Update, was einige von euch auch schon geschrieben hatten im Livestream, ist, dass es das Ganze jetzt also auch als Aesthetic-Rehicle gibt. Ja, wie man so schön sagt. Das heißt, als Pappbus. Ihr könnt den also zum Beispiel auf einem Betriebshof oder irgendeinem Busbahnhof oder wo auch immer, könnt ihr, könnt ihr den da hinstellen als KI-Bus, so, ne? Als Deko quasi. Das hat man ja sehr oft wirklich, also meistens ja auf Betriebshöfen stehen. So eine Bussehof gibt es ja vom C2 oder so. Und ja, zum Beispiel Bad Tügelsdorf fand ich immer ganz lustig. Da fahren als KI-Busse nur einmal ins Rum und der Betriebshof steht voll mit Mercedes-Papp-Bussen. Also ich nenne sie jetzt mal Papp-Busse einfach, ne? einfach statische Busse, wenn ich sie jetzt mal wörtlich übersetzen würde. So, Türsteuerung könnt ihr euch hier auch selber anpassen. Wir haben jetzt hier in dem Fall eine automatische Türsteuerung. So, und dann hat man was mit dem Rückwärtsgang verändert. Das ist jetzt auch noch neu. Da muss man erst so einen Sicherheitsknopf drücken. Der soll unten links vom Lenkrad sein. Das können wir uns euch mal angucken. Ja, um eben auch zu vermeiden, dass man nicht aus Versehen mal dort abrutscht in den Rückwärtsgang. Jetzt müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich ist das eigentlich der Ansagenknopf hier. Während wir hier noch ein bisschen durch Mainz und Umgebung fahren. Sehr schön, Freunde. So eine schöne Gegend hier, ne? Rechts schöner Wein. Dann nehmen wir erst mal Siebenfässer Wein mit. Leider immer ein bisschen underrated gewesen, die Karte Mainz. Ich glaube, der Entwickler ist mittlerweile auch im Paper-Bereich drin, ne? Der Entwickler der Karte Mainz. War wirklich damals eine sehr, sehr schöne Freework-Karte. Was ich euch ja da auch vorgestellt habe. Ist aber auch schon wieder Jahre her, ey. Freunde, wie die Zeit verhebt. So, nächste Halt. So, wir gucken mal. Ne, doch, der springt automatisch drinnen hier. Nee, da sind wir noch. Ja, nee. Da weiß ich jetzt aber nicht, was für einen Sicherheitsschalter die hier meinen. Der Sicherheitsknopf muss zusätzlich und links vom Lenkrad gedrückt werden. Jetzt haben wohl die Blinker geändert. Hat der nicht vorhin, äh... Hat der nicht vorhin losgepiept, wo wir losgefahren sind? Irgendwie soll der jetzt nicht mehr so doll piepen oder so. Muss man sich nochmal anschauen. Hier, so geht ja. Sehr entspannter Sound eigentlich. Und dann hat man, äh... Sounds von Mono auf Stereo. Okay, das ist natürlich sehr gut. So was regt mich ja auch immer aus. Ich hab ja eigentlich immer mein Headset auf. Wenn du dann irgendwo Töne hast, die du dann nur auf einem Ohr hörst, ist natürlich richtig nervig. Von daher da echt eine sinnvolle... Sache. Gut, also rechts sieht so ein bisschen aus wie im Ruhrgebiet. Vielleicht ist das auch das Ruhrgebiet rechts oder so. Keine Ahnung. Von Mainz bis ins Ruhrgebiet geht's heute. So, dann hat man, ähm... Bei den KI-Bussen... Also wenn ihr die hier wirklich als KI-Bus fahren lasst, nicht als, äh... Ja, Static-Rehicle. Da hab's wohl immer so ein Licht-Bug. Auch den hat man... Jetzt behoben. Ja, mich stört nach wie vor. Das war damals schon so. Hier. Ja, ich mein, ist ja richtig, ne? Wenn man eine Ansicht nach links sieht, dann will... Oder nach rechts will man ja in den Spiegel gucken. Ist aber total nervig, dass der hier unten ist. Mich stört, dass ich finde so ein Spiegel gehört oben links hin. Sicherlich werden, wenn der... Wenn der da unten platziert ist, wird auch seine Vor- und Nachteile haben. Ähm... Vorteil bestimmt, dass die... Nicht allzu oft dann kaputt gehen. Oder weniger oft kaputt gehen, als wenn er irgendwie oben hängt. Oh, wir sind schon beim ZDF. Wo ist denn das Forsthaus gewesen? Mit Felschiff fahren, oder was? Okay. Na gut. Fällt heute ersatzweise... Oder nicht ersatzweise ersatzlos aus, oder? Würde ich sagen. Da müssen wir einmal kurz den Fahrplan nochmal annehmen. Verstehe ich mich. Keine Ahnung. So. So. Ja, über das Forsthaus... Äh, Leute. Geht lieber zum ZDF. Müsst ja nicht zum Forsthaus. Jetzt haben wir eine Tür noch offen hier. Auch das nach wie vor noch möglich, dass man während der Fahrt hier die Türen auf und zu machen kann. Sehr, sehr geil. Wie sieht's aus mit den Klappen? Nee, die kann man hier nicht aufmachen. Schade. Ja, so ein bisschen Spielerei finde ich immer ganz witzig. So, nächster Halt. Und dann hat man so ein Servopumpengeräusch entfernt. Servopumpen... ...hat man allerdings in Gänsefüßchen in Anführungsstriche geschrieben. Weiß ich gar nicht, was das vorher für ein Sound war. Dafür bin ich den Bus zu selten gefahren. Frage ich mich ja nicht, warum man das entfernt hat. Eigentlich hätte ich gedacht, irgendwie fügt man sowas hinzu. Haben die Dinger hier überhaupt schon... ...Servolenkung? Ja, ich krieg mal von aus, ne? Was ich ja sehr, sehr geil finde beim New Line City. Ich mach jetzt mal was. Achtung. Ich lenke mal voll ein. Und wenn ich ganz am Anschlag bin... ...dann zischt der so ein bisschen. Und das ist halt ultra realistisch. Das ist halt nicht nur beim New Line City so, so beim C2 unter anderem so. Also überall, ja. Und... ...das ist wirklich eigentlich der einzige Bus dann oben, wo das mal umgesetzt wurde. Dann irgendwie, keine Ahnung, Luft ausweicht oder so, klingt das immer. Was stehst denn du eigentlich hier in der Türe? Hast du ja keinen anderen Platz hier gefunden oder was? Willst du mich jetzt hier die ganze Zeit irgendwie volltexten? Oder was? Willst du mir von deinen privaten Sorgen und Nöten erzählen, als wäre ich hier dein Seelsorger oder wat? Mann, Mann, Mann. So, nächster Halt. Hochschule hoch noch. Die Brennensquietschen nochmal schön. Äh, das gefällt mir. So, und dann haben wir es eigentlich auch. Wir wollten nochmal gucken, ob wir, äh... ...die Fahrgäste auch hinten einsteigen lassen können. Vielleicht ist das auch wieder von... ...Bus-Typ zu Bus-Typ unterschiedlich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir werden mal gleich die Fahrgäste ein bisschen ärgern. Dazu müssen wir aber natürlich erstmal wat einstellen. Hopp. Und dann möchte ich gerne... ...manual möchte ich gerne, genau. Ja, und das wär's dann erstmal auch gewesen, was hat um sie so Neues in letzter Zeit rausgebracht. Also, ob sie Update hatten war. Und wir hatten jetzt also diese Fanhole-Update bei Steam drinne. 300er Update hab ich euch in der letzten Folge vorgestellt. Könnt mich auch nochmal reinziehen. Also, viele Updates in der letzten Zeit. Aber wirklich was Neues hatten wir nicht. Wie gesagt, wenn ihr da noch endlich tollen Ideen abschreibt, in die Kommentare... ...dass wir euch da immer schön noch mit Videos hier versorgen können... ...und mit dem Neuesten von Neuesten dann wollen wir sie. Muss man sagen, dafür, dass der Bus so alt ist, fährt er sich wirklich sehr, sehr gut. Auch vom Bremsen her knallt er nicht. Das hat man ja bei älteren Bussen, das Ding, die sind einfach dann verschlissen. Ja, ähm, die sind fertig. Wenn der da einmal bremst, dann knallt er volle Kanarin, die Bremse. Der fährt sich hier wirklich noch relativ gut. ZF-Getriebe... ...läuft butterweich und... ...hat auch noch ordentlich Dampf auf dem Kessel. Aber es ist jetzt auch kein Bus und das muss ich einfach auch sagen. Ist halt auch ein bisschen die Schmackssache, aber... ...für mich ist es dann eben auch kein Bus, mit dem ich... ...nen ganzen Dienst oder... ...manchmal eine ganze Leitstellenfahrt oder so fahren würde. Ja, übrigens die letzte Leitstellenfahrt hat wieder... ...großen Spaß gemacht. Danke an alle, die dabei waren. Auf Krefrad V3 waren wir da unterwegs. Jetzt gucken wir mal, was die Karre hier kann. Leistungsmäßig. Aber so mal zur Abwechslung, glaube ich, ist so ein Fan-Hool ja nicht verkehrt. Ah, bis 90 bin ich jetzt erstmal gekommen. Wie kriegt denn die hinterste Tür auf? Gar nicht, wa? Ah, mit der Freihabe. Oder? Na toll. Hier, da kann sie ganz ja nicht drücken, oder was? Da kannst du drücken. Und dann liegt hier automatisch zu. Oh, dauert aber. Gut, okay, also für die... Ah, doch, da ist die 3. Alles klar. Verstehe. Gut. Abfahrt. Bisschen kompliziert. Also das ist da, wo normalerweise die vierte Tür bei mir wäre. Da hab ich mir manuell draufgelegt auf die Tastaturbelegung. So, nächster Halt. Also auf Deutsch mal gesagt, diese 650 hier, die Linie. Was hat man hier gemacht? Man hat hier also ein großes Stück genommen. Von der bereits vorhandenen Mainz-Karte. Lässt den Bus dann an vielen Haltestellen halt durchfahren. Wie es halt bei einem Express oder Schnellbus eben der Fall ist. Und hat dann eben noch das letzte Stück wahrscheinlich selber ausgebaut. Da sah halt dann auch nicht mehr so prickelnd aus. Das sieht dann eher wie so eine Halbherzige Geschichte aus. Naja, jedenfalls... Ja, hier diese komische Spiegelung hier vorne, die hat man immer noch nicht behoben. Die hat mir noch nie eigentlich gefallen. Die sah schon immer relativ scheiße aus. Und genauso war das auch mal bei der Zielbeschilderung vorne. Weil da irgendwie keine Ahnung, was man da für ein Glas hingesetzt hat. Also... Seht ihr das, wie das spiegelt? Das ist... Das ist fatal. Finde ich nicht gut. Dafür muss man aber sagen, hat der Bus halt... Das war damals auch schon so. Vor dem Update. Das ist einfach eine geile Performance hier bei einem Bus. Da könnte er eigentlich echt mischt falsch machen. Und viele tun sich bis heute immer noch schwer mit der OMSI... Ja, Karten-Mods, Bus-Installationen, händisch und so weiter. Das hier natürlich ganz einfach. Drückt er einmal bei Steam auf den Knopf und dann läuft das. So, jetzt aber schnell hier. Gucken wir, ob sie hinten einsteigen. Nee, machen sie nicht. Brav vorne wird eigentlich nicht stehen. Hallo. Trotzdem ist das auch ein relativ gutes Modell. Sicherlich ist dieser Bus auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, ich komme Ende der 90er Jahre. So ungefähr. Also dürfte mittlerweile auch schon... Ja. Ja, ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel haben. Ich weiß gerne. Ich habe so eine Busse heutzutage noch fahren. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt gerne in die Kommentare. Was es die Busse von diesem Typ noch gibt. Ansonsten, ja. Sieht da halt auch nicht besonders modern aus, ne? Aber hier für die Studenten zur Uni reicht hat. Ja, und vor allem, wenn ihr da noch Interesse habt an... an den Karten, die zuletzt rausgekommen sind, ja, die, die großen drei, die Ende letzten Jahres rausgekommen sind, ähm... Wenn ihr dann sagt, da wollt ihr noch irgendwas sehen, irgendeinen Sonderverkehr, irgendeine Linie, irgendwas, was euch da sehr gut gefällt, irgendein Stadtteil. Dann lasst es mich gerne wissen. Ja, automatische Haltestellbremse, ha 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 ha. Das ist ja damals natürlich noch ja nicht. Haben wir denn, äh... Okay, man kann die Reihen ha hauen, muss sie dann aber wieder lösen, wenn man losfährt. Also auch nicht so wirklich das wahre. Genau. So wird ein Schuh draus. Hallo. Hallo. Tag. Meine Kurzstrecke. Auch noch. So, dann gucken wir uns mal hier den, äh, Fahrscheinverkauf an. Kurzstrecke. Baby Print. Hier kriegst du deinen Aldi-Kassenbon und dann... Danke. ...hebst 15 Cent zurück. Bitte schön, hallo. Hallo. Hallo, komm rein in den top-modernen Bus hier. Tag, Manfred. Ja, ne, jetzt dürfte sich der Bus aber langsam füllen, ja. Hier vorne, das wirkt schon ganz cool. Also, tschuldig, Mann. So hat er oben sein Radio, so hat er seinen Scheiß-Ebus, so hat er so ne... Also die Fahrerkabine ist schon... Also hier zumindest hier vorne, das ist schön. Die Fahrer hier ist der Nerven natürlich. Wenn ihr guckst, so die Kabine an sich, ist jetzt auch nicht besonders groß. Aber so, hier ganz vorne so, gefällt mir irgendwie vom Design her. Da ist euch ja auch aufgefallen, ne. Da ist das ja so ein bisschen schräg hier auch. So ein bisschen gebogen, diese Frontscheibe. Jut, das Rollo hat hier einen Texturfehler. Ja, das... Vibriert hier die ganze Zeit mehr oder weniger, das flackert so. Ja, das geht doch mal. Ach guck mal, hier, ah, hier ist ja auch unser Motor, hier seht ihr das, ne, in der Mitte Und dann ist tatsächlich auch hier der Auspuff Das ist schon um sie relativ gut dargestellt eigentlich Natürlich schön Dass man da auch ein bisschen mitgedacht hat und nicht einfach standardmäßig irgendwie hinten da die, die Abgase rauskommen, ne So, nächst halt So Sind wir auch gleich schon am Hauptbahnhof Hallo Hallo, dach Hättet der wohl auch laufen können, oder? Bis zum Hauptbahnhof runter Was wolltest du noch raus machen, Fred, mein Besser? Ja, das Kraftstoff hier, das nervt mich ein bisschen So, nächst halt Oh, Bahnhof R Das ist der Bussteig Da macht uns aber mal die beiden Hilfsfeine mit an So, dürfen Also auch von den Objekten hier, da kannst du wirklich staunen, also dafür, dass die Karte so alt ist Okay, nicht verkehrt Oh Bin jetzt instinktiv, bin ich jetzt hier langgefahren, weil man immer sonst hier langgefahren ist Aber vielleicht stimmt nur die Mini-Map nicht Hätten wir irgendwie nochmal hin und rumfahren sollen Offensichtlich Na gut, eh ja So So Was haben wir denn hier Genau hier hat die 68 Terminus Dann setzt sie hier Das ist immer recht sportlich hier Hier rumzukommen Beugen, ja Und hier ist dann der Pausenplatz Zack Hier steht ja aber nicht dran, also wo ist Pause Da vorne denn oder mit Auf den Straßenbahnen schienen, ja Das ist Pause Ne, da wird dann die Abfahrtsheilte statt sein Oder der muss wirklich hinterfahren Das ist in so einem Hier Hier Ah, hier, gucke mal Gut, okay, das ist ein bisschen wenig Achso, der Oh, er soll erst hier hinfahren wahrscheinlich Okay, und dann Dann steht er Hier nochmal Und dann ist Okay, halt klar Gut So ist es Ja, der Fahrnhol Ein wunderschönes Fahrzeug Ähm Weiß ich nicht Also Haben wir das Update mal gesehen War ganz nett Aber wie gesagt Für die dauerhafte Benutzung Ist es für mich persönlich Nichts Vielleicht seht ihr das ja anders Dann schreibt es gerne in die Kommentare Und dann Freue ich mich auf die nächste Folge wieder Da hören wir uns dann Wieder bis dahin Liebe Freunde Gehabt euch wohl Macht der Dude Haut da rein Und Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao